herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf dem marsch jetzt unsere arbeit fort aktuell wird noch soja boden ausgesehen auf l2 wir werden jetzt ja gleich kühl kaufen wir fangen mit 14 an dann werden wir die versorgen mit gras wasser und heu das haben wir herstellen und ernten müssen soweit wir haben uns in lkw und stellen jetzt mal den hänger hier neuer stahl voller pracht wir holen das sind von händler den gekauften vietransporter was wir in der letzten folge getan haben zu schluss haben richtig investiert zwar krass haben wir waren wohl auch heu sammeln kann und ein wasser anhänger das kann man auch immer wasser glaubt dass man nicht was ich wollen können wasser stelle bauen müssen am hof wasser fass das haben uns noch vier händler und versuchen mal 16 kühe einzukaufen 16 glaubt 16 oder 14 hier auf klopft 14 14 16 die hohe wird einmal sehen wie das funktioniert das erste mal wo ich hier kaufe im 19 anders sein wie im 17 beim vierhändler und er ist ja hier so aneco türmenü öffnen nene rosa nicht keine schweine wir kaufen jetzt kühe das ist ein pferd weiß braun schwarze kühe dazu normale kühe das kaufen das war zurück kuhbraun braun weiß schwarz weiß kuh bestand ja mein name dazu muss ich aber kurz größe position gut scharf nicht scharf nicht kuh braun weiß black kann man hier wissen kuh 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 so man sieht ist auch die frucht gewachsen seitung 1 neue arbeit da sind wir wieder wenn man nicht alles täuscht muss der anhänger glaube daran aber glaube es nicht wissen ich probiere es halt mal doch schon mal richtig da laufen die guten tierchen die holsteiner kuh schwarz weiß gescheckt eine hochläses kuh mal hier mühchen du hängst fest so sagen wir nächstes mal die anderen kümmern nacharbeiten das heißt erstmal wieder entlassen nacharbeiten heißt die ecke werden arbeiten dann muss man ja mehr gras mähen gras mähen in großem stil heißt hier nachher doch das ist wir haben kühe und wir haben noch geld übrig ohne darlehen das ist doch was ne das große milchgeschäft einsteigen natürlich wenn die kühe nicht reichen und ein paar zukaufen müssen auch immer die packe hier versorgen das ist ja das ist ja das ist ja so ich bin auch gut und zur nächsten ecke das kostet klappt ja sonst einmal frei nur wenn er von folge also diese kurven machen will es eng kurven gibt es mal probleme aber das ist eine beta und das kostet ja auch nichts aber es hat ja dann 17 er klappt wir uns das hier auch hinkriegen so jetzt haben wir vom runter jetzt eigentlich was kommen müssen wo soll ich angekommen noch kann auch sein allerdings wächst ja auch noch nichts man das heißt wer geht aber auch wieder ich glaube hier mein wir müssen traktor für die machen für stelle rein wir müssen gras mähen das ist bis zum wir müssen wir müssen das ist hier das ist da die 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 so jetzt wird's gemäht egal ob er nur reif und nicht reif ist kühl sauberkeit 100 prozent 14 was gucken ist noch nicht reif naja im kühlraum zu fressen da kann man nicht drumrum wir müssen mal die kai verlaschen grasmähen feld 25 mähen feld mähen und schwatten das ist egal mehr noch schwatten das passt schon das haben wir arbeiten dessen wenn wir uns aufstellen wasserbehälter gewährte es irgendwo sehen oder kaufen kann wasser tank das muss ja irgendwo stehen und nicht hört das bereich kuchte das ist passend da passt auch nicht an da hätten das blöd hier im stall wäre es gut oder was hier in der ecke wird ganz gut das passt schon so er zieht durch immer wasser wasser ganz richtig normalerweise aber das machen wir nicht folge ich sag mal jetzt mal wie gewinke vorbei ich würde mich freuen wenn wir uns wiedersehen dann sag ich mal tschüss winke winke